Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Showdown-Part. Heute mit dem... Wir spielen heute Battlefactory. Habe ich ja schon mal im ersten Showdown-Part, war das glaube ich angesprochen, was Battlefactory ist. Ich sage es jetzt nochmal ganz kurz. Battlefactory ist quasi sowas wie Random-Battles, bloß nicht ganz so random. Und die Pokémon werden immer nach Tier sortiert. Also es kann sein, dass wir jetzt gleich Oberspielen, es kann sein, dass wir gleich Oyuyu, was auch immer spielen. Deswegen Paul hat uns eine Anfrage geschickt, wir klicken auf Accept und wir spielen... Was ist das, Ayu, ne? Ayu. Alter, krass. Okay, wir spielen Ayu. Beide sehr interessante Teams, aber ich sehe schon Diktki und ja. Ich mag Diktki nicht. Okay, oh, holy shit. Ich habe Regie, ich bin Stil. Nice. Na, warte, was? Achso, achso. Ich verstehe. Okay. Okay, ähm, was ist hier eigentlich aktiv? Sleep-Claws? Denken wir die Standard-Sachen, oder? HP-Percentage-Mode. Was ist das denn? HP ist schon in... Achso, es ist ein Prozent, äh, Dings gezeigt, nicht in... Achso, okay, okay. Mega-Rei-Quasa-Claws. Wow, es gibt eine Mega-Rei-Quasa-Claws. You cannot make a Wolf-Rei-Quasa. Warte, womit kann ich denn liegen? Aber, ähm, ansonsten ist hier nichts. Moody-Claws, Swagger-Claws, ähm, wie heißt sie, Claws? Evasion-Claws ist hier alles scheinbar nicht aktiv, krass. Okay, interessant. Aber die Moves werden ja sowieso quasi selber rausgesucht, okay. Oh, shit. Hallo? Damit habe ich nämlich gerechnet. Ich hatte nämlich extrem Angst viel vor dem Diktri-Lead und deswegen Klawitzer. Oh, ich glaube, mein Team ist ein bisschen Klawitzer-Week. Ein bisschen, ja. Oh, shit. Sieht so aus. Oh, shit. Oh, shit. Das finde ich jetzt nicht so gut. Wirklich, Klawitzer. Hält, hättest du auch verachten müssen. Mann, Paul. Mein Team ist gut gebaut. Wenn du dir schon ein IOT-Team machst, dann musst du doch. Warte mal. Ich finde allgemein, äh, Klawitzer, also, wie heißt es auf Deutsch? Klaus-Mit-K? Ähm, wo man? Irgendwas mit K. Wumma, ja. Ja, genau. Irgendwas mit K. Ich finde allgemein, Wumma ist ein ziemlich gutes Pokémon. Ha! Das ist ein Trottel. Trottel. Unplayed. Ich habe keine Ahnung, was das... Warte mal, was ist das für ein Move? Ähm... Ein Gegenschlag wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist eine Kampfattacke. Das hat eine Minus-Trio, ne? Nee. Okay. Das ist eine ziemlich OP-Attacke. Ich will dir... Soll ich dir sagen, was das kann? Ja, soll ich dir sagen, was das kann? Aha. Funktion-Sprites, ne? Ja. Ja, das sieht so cool aus. Liebes! Okay. Ah! Ja! Oh, das war schon ziemlich scheiße. Von mir oder von dir? Ja, dein Ebolid ist weg. Oh, das ist mir egal. Wir werden jetzt nur ein Battle-Factory-Kampf machen, je nachdem wie lange das geht. Und dann, wie gesagt, später noch ein... Dings, 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 Part. Das war auf Explosionen gehen, sagst du? Hier ist das Ding so schnell. Goibert? Nein. Lely. Freeze? Alte Freeze-Try. Kann es riesen, Janne? Ich glaube schon. Ja. Zehn-Prozentig. Ich glaube auch, ja. Ja, ja, ja. Okay. Okay, das war alles. Ja, toll. Hey, Manu. Hey, hör doch auf. Ich war jetzt schon ein bisschen doof. Hm. Willst du gut machen, wenn ich ehrlich bin? Macht er einfach protect, wow. Noch ein bisschen recovered. Okay. Natürlich, wow. Auf protect gehen, sagst du? You recovered? Okay. Ich hatte wegsend raus. Oh, no. Wow, 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 wow. Nice. Das ist doch... Nee. Protect gehen, sagst du? Ja, mach doch. Trottel. Okay. Och, nee, ey. Nice. Ge-Kack-Vogel lebt eh nicht mehr lange. Ich weiß nicht, was könntest du jetzt machen? Du könnt... Ah. Ah. Er will mich dabei verbrennen. Oh, wie doof, Mann. Gar nicht. Du... Mann, spoiler du nicht. Wow. Ähm... Ähm... Okay. Okay. Tschüss. Oh. Jetzt bin ich hier tot. Äh. Voll gemein. Mann, die woher... Aber nicht. Ja. Hm. Oh shit, warte, ich habe ja eine Feuerschweche. Ja. Ja. Scheiße. Verdammt. Alter, mein Team ist richtig wie gegen Delphox und Klau-Winster. Und Kickly. Nee, Kickly geht sogar. Ja. Und Kickly hättest du sogar was gegen gehabt, aber... Dein Team ist nicht so gut, nee. Nee. Also, da sind gute Freds drin, aber es ist nicht... Total... Ich finde mein Team gut. Toll. Ich finde dein Team auch gut. Nice. Oh nee. Das ist ein Battle Factory. Also, es ist... Wie gesagt, es ist immer noch random. Es ist nicht so, dass es dann... Ah, der Drog. Oh, nein. Das Einzige, was man halt immer... Leut. Iron Head? Nein. Okay. Der Drog, der Drog. Das Einzige, was man halt, ähm... Immer bekommt, ist ein Spinner und ein Tarnsteinleger. Trottel. Loil, wow. Ich bin... Loil. 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 Soll ich trotzdem. Ja, Live Orb. Reckless. Okay, Reckless, macht jetzt keinen Unterschied. Doch, 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 doch. Du hast Booster Teil, Jumpkick. Echt? Alter. Muss ich gar nicht. Hallo, ich bin Golbert. Ist richtig okay. Oh, Golbert. Mein Befreunde sei. Nö. Oh. Aber warte mal, wenn du das gleiche Golbert spielst wie ich, dann spielst du nicht Max Innit. Ha, trau dir. Hey. Ja, kein 6-0. Ja. Yippie. Yippie. Mama, guck mal. Mama. Okay, ich glaube, das müsste vorbei sein. Äh, du bist gescaven, ne? Ja. Ich frage, es ist jetzt reichte Psychokinese. Aha, du kriegst noch Tarnstein Damage auf Hinnante. Ich glaube, es sollte reichen. Nein, reicht nicht. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, bitte. Selbst wenn ich glaube, IQ killt, der Fuchs nicht macht. Ich mag das irgendwie nicht. Kegli, go. Überlebt das. Kegli. Shit. Hätte sogar sein können. Hat eine gute spezielle Verteidigung, aber nicht bei einem Step. Kegli, Kegli, lebe. Ne, das ist nicht. Kegli, lebe. Oh. Wow. Noch ein. Ich bin oben drauf. Ich wäre eh gepaart. Wollen wir noch einen machen? Das ist jetzt 8 Minuten. Ja, noch einen. Go. Ja, noch einen. Go. Ich hole jetzt mein OP-Team raus. Warte. Nice. Das ist richtig gut. Das nächste. Ne. Oh. Schade. Oh. Okay, Achtung. Und wir spielen... Alter, ich hab... Elfuhn? I, geh mal weg. I. Ich hab Klumpen. Alter, ich hab Elfuhn. Du nimmst Klumpen, ich nimm Elfuhn und du tötest, okay? Ne. Ich lass Elfuhn am Leben. Ich hoffe, es wird ein Epic Elfuhn-Sweep. Nice. Alter, ich hasse Elfuhn und es stinkt doch nicht. Ich mag es. Okay, was spielen wir? Wir spielen Juju, ne? Ne, auch schon wieder Arju. Ne, nein. Was? Wo ist das Arju? Ne, doch nicht. Das ist kein Arju, das ist Juju. Wo ist das Arju? Warte, ich hab auf Gehorn ja geguckt und dann... Guck mal, da sind richtig viele Pokémon, die richtig lange im Arju waren. Wie Padagros, Slurper, Edesart. Das ist ein Arju-Pokémon. Toll. Aber die waren alle mal lange Arju oder drunter. Ja, waren. Ja, hab ich auf so Sachen wie Seetra King geguckt und so. Aha, der Tornado ist... Der Tornado. Heatwave, da-da-da-da. Oh, shit. Warum hat er denn Heatwave? Eine Wolke. Ja, die macht halt Feuer. Macht Wolken nicht, die Feuer haben. Hm. Okay. Muss ich jetzt schon ein bisschen überlegen. Ja, ein bisschen überlegen. Hm. 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 Ich find Tornado ist aber ziemlich cool. Warum krieg ich keinen Spielboost? Ich glaub, ich krieg den noch. Schade. Bin ich schneller als du? Ja. 353? Ja, bin ich. Aber du... Oh, outplayed! Outplayed! Das ist doch scheiße. Nice. Manu! Aber so ein Tornado ist ziemlich cool. Mama. Mama. Oh, wir haben so getroffen. Sick. Wow. Ja, aber es merdert nicht. Das merdert nicht. Wow. Ich glaub, es merdert nicht. Was? Was kann Tornado ist? Ich hasse dieses Drecksfina. Ich hab nicht einen Plan, was es kann. Ja, ich spiel's auch gerade zum ersten Mal. Warum kann es Graveloat? Ich sag doch, es merdert nicht. Das ist ein richtiger A-Ju-Zerstörer. Äh, Juju-Zerstörer fällt mir gerade auf, ne? Äh, ne. Du bist richtig Tornado's weak. Das ist doch scheiße. Warum hab ich immer so eine Weakness? Ey. Alter, ich brauch unbedingt einen Tornado's. Das ist ja richtig cool. Nee. Ist nicht cool. Prankster Taywind. Und dann Grass-Nord-Hurrican. Und so ein Zeugs. Das ist schon ziemlich fast. Was ist das für ein scheiß Lerper-Set? Ich mag das nicht. Ich will aufhören, ne? Hör auf. Hör auf, mich zu mummen. Ey. Oh, schade. Leute. Das ist doch scheiße. Ich hätte einfach durchgehen auf Bronzer wechseln können, aber... Okay. Ich glaub, es wird sogar jetzt ein Untergang. Para. Nicht para. Ich mein... Warum ist das so wie schon? Schade. Schade. Du bist tot. Du bist tot. Ja, kein 6-0. Es steht gerade mal 5-5. Ja, kein 6-0. Mama, kein 6-0. Lol. Wann? Tschüss. Au. Ich hab zuerst noch überlegt, die Staff-Rocks rauszuholen. Gut. Alter, wenn das ein Belly-Drum-Set gewesen und mein Hurricane wäre daneben gegangen, dann hättest du wahrscheinlich noch gewinnen können. Vielleicht. Wahrscheinlich. Ich hab's nicht. Salka-Bere. Belly-Drum. Sabayone. Oh, ich kann das machen. Sick. Nice. Der Helio-Lisk. Ich hab's nicht. Mmm, 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 mmm. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ich seh die hier in Powerfire. Okay. Alter, wieso machst du so ein bisschen Choice-Bags? Du bist Choice-Bags. What the fuck? Nein, nein, nein. Bei Live-Warp hatten wir noch gesehen. Nein, fick dich. Nein, mach ich nicht. Outplayed! Outplayed! Nein! Nee! 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 Mh, 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 mh. Mm, mh, 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 mh. Was? Was war das? Hüte schneller, go! Ja, bist du. Das war doch klar. Aber ich hätte nichts machen können. Ich hätte nicht auswechseln können. Doch, in der iPhone. hallo hallo denn auch du auch was kann der 11 so ich glaube ich weiß was helfen kann aber erstmal ja wow du bist gott für dinks gegangen tolle hallo tschüss kloppen ich will nichts mit elf und töten ja dann hast du gerade mit elf und stinken kommis aussieht wie so eine birne doch ich mag den elf und was beboope oh mein geht doch weg ich mag ich eigentlich nicht der einer oder kühl Oh, du bist konstant. Oh, shit. Oh, shit. Oh, das wird schwer. Bist du auf den Tag gegangen? Ah, schade. Ich habe vergessen, dass ich keinen Speedboost mehr habe. Oh, wow. Ach ja, stimmt ja. Du kannst ja gar keinen Speedboost mehr haben. Das ist jetzt irgendwie scheiße. Ähm. Ähm. Quit. Shit. Fast. Oh, nee. Warte, wie viel machst du mit dem Hotter vor? Nice. Oh, nee. Hm. Ah, schade. Ich wollte eigentlich für Dings gehen. Für, ähm. Du weißt schon? Ja, ich weiß schon. Ha, Trottel, das bringt dir gar nichts. Schade. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Aber warte, ich sollte Schab-Pedo-339. Ja, also outspiel ich mit Aerodactyl. Okay. Nein, tust du nicht. Geh weg, ey. Yeah. Aerial A sollte nicht ausreichen. Aber ich habe Angst, was wenn es nicht ausreicht. Und dann, ich will aber ungern für die Stone Age gehen. Hallo? Ich verscouten. Stell dir vor, ich wäre für Dings, für Klauenwetsche gegangen. Oh. Okay, ich hoffe es reicht aus. Nein. Ja. Es reicht nicht aus. Aber den tanke ich. Was? Ja, den tanke ich nur. Easy Das ist wohl nochmal spannend Finch Shit Überlebe ich Okay Okay doch nicht Ja, aber das hast du gewonnen Nice Aber es war ein spannendes Match Ah, wäre ich für die Wäre ich in einem Moment für Hornclaws gegangen, ne? Oder wäre ich für die Stone Age gegangen Ja, aber es war schon ziemlich random bei mir, dass ich auf den Protect gehe Oder wäre ich für die Stone Age gegangen Aber es war halt einfach zu risky Überlebe Schade Okay, war war ein sehr, sehr spannendes Nice Okay, das war es auf jeden Fall Zwei interessante Matches Das erste war natürlich eindeutig cooler Ey Aber Borreos gefällt mir wirklich gut Ich hasse dieses Ding Ich habe keine Ahnung, was es kann Okay, das war es auf jeden Fall Vom Part, wenn es sich gefällt, lasst du positiv Wert Und da heute Abend kommt der nächste Diamant Randomizer-Nazelok-Part Worauf ihr euch freuen könnt Der wird wirklich mega, mega gut Der wird besser als der erste Part Und, äh, ja Das war es auf jeden Fall Man sieht nichts im Chat Trottel Ey, fuck Das stimmt Und dann würde ich sagen Wenn es sich gefällt, lasst du positiv Wert Und da schaut auf jeden Fall bei OctoPaul vorbei Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung Und dann würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Mal Macht's gut Tschüss 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 Tschüss